Hin und wieder, oder eigentlich ziemlich oft, erreichen mich Anfragen und Empfehlungen zu Betriebssystemen mit der Bitte, diese doch einfach mal auszuprobieren oder zu behandeln. Und genau um ein solches Betriebssystem geht es heute. In meinem Matrix Space, also in dem Space von so einem Typ im Internet, kam eine Anfrage rein. Vielleicht hast du an einem Sonntag einfach mal lustig, dich mit AlienOS zu beschäftigen. Und ich hatte dann auf den Link mal geklickt und einfach mal durch die Webseite durchgescrollt und habe gesagt, coole Idee, mache ich. Und ja, so schnell geht es, das ist gar nicht so lange her, dass diese Empfehlung kam. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und heute widmen wir uns mal einem Kuriosum namens AlienOS. So, AlienOS, das hier ist jetzt im Prinzip nur ein Bild, ein Foto. Das können wir hier wieder zumachen. So, also AlienOS ist ein Betriebssystem, das mir im Matrix Space empfohlen wurde. Wenn du auch ein Betriebssystem hast, was du mir gerne mal zum Reviewen empfehlen möchtest, komm einfach direkt in den Matrix Space von so einem Typ im Internet. Link dazu in der Videobeschreibung gleich ganz oben. So, AlienOS. Ich habe mir jetzt die Webseite mal einfach aufgerufen, um ja, überhaupt ein bisschen was herauszufinden. Denn wenn ich auf distrowatch.com gehe, dann finde ich dazu im Prinzip nichts. Ja, da gibt es also keine, ja, es gibt keine Seite. Es ist quasi von seitens distrowatch.com keine anerkannte Distribution. Alien, ich gebe einfach mal nur Alien ein. Und okay, dann haben wir eine Waiting List. Erst 2018 wurde dieses Betriebssystem bereits bei Distrowatch quasi angeragt. Und bis heute ist das halt nicht drin. Und wenn man jetzt hier draufklickt, kommen wir direkt auf die Webseite. So, was, ja, erstmal ist die Seite auf Deutsch. Das ist schon mal gut. Das könnte automatischer Übersetzer sein, was ja überhaupt nicht so schlimm ist. Schauen wir mal hier unten, was für ein Unternehmen dahinter liegt. Hier unten im Fußbereich gibt es Alien Tech. Okay, we don't come in peace. So, das ist mehr erstmal nicht. Es gibt einen Link dann zum Discord-Server. Ja, hier unten sieht man dann auch Business OS. Das wäre dann im Prinzip, ist dasselbe, ja, dasselbe System, Layout. Das Business OS ist im Prinzip dasselbe wie Alien OS, nur halt wahrscheinlich ein bisschen mit den Geschäftsleuten als Zielgruppe. Ja, so, Alien OS, was haben wir hier? Direkt starten mit vorinstallierten Programmen. iCandy, also soll sehr hübsch aussehen, keine Viren-Trojaner. Spyware, ja gut. So, dann haben wir UEFI und BIOS-Support als Live-CD nutzbar und so weiter. Mehrsprache, La-Updates und Support und mehrsprachige Benutzeroberfläche. Und System Bag 2 integriert. Da gucken wir gleich noch, was das ist. Hier ist ein Video, der das Ganze beschreibt. Ich habe mir das Video übrigens noch nicht angeguckt und das ja auch nicht. So, dann gibt es ein paar Screenshots von Alien OS Nano. So, ich scrolle jetzt hier einfach mal komplett durch die Screenshots durch. Da kann man mal schauen. Das sieht im Prinzip ganz normal aus wie eine, ja, XFCE4-Oberfläche. Und wenn man hier runterkommt, kommen wir zu den Systemvoraussetzungen. Da haben wir also recht schmal, ne? 2 GHz Dual-Core-Prozessor würde reichen. Das weist dann wirklich auf XFCE4 hin. Auch 2 GB RAM-Speicher. 25 GB SSD oder HDD. Das ist schon eine ganze Menge, aber du hast ja auch eine ganze Menge mit drauf installiert. Müssen wir im Hinterkopf behalten. Grafikkarte, genau. So, und dann gibt es hier im Prinzip die Downloads. Es gibt einmal Alien OS Nano und Alien OS Nano SE. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt der Unterschied ist. Es ist vielleicht bei dem SE mehr Programme drauf. Zumindest ist die ISO deutlich größer. Die normale Nano ist quasi 3,5 GB. Und ja, 5,1 GB ist dann die SE-Version. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich die SE-Version gleich herunterladen, weil ich will, wenn dann vielleicht das volle Paket haben. Dann gibt es dann als langsamer Download und als High-Speed-Download. Hier muss man dann allerdings aufpassen. Wenn man hier irgendwo draufklickt, dann wird man gleich zu PayPal umgeleitet. Und man wird gebeten, hier 3 Euro zu bezahlen, um dann diesen Download durchzuführen. Das machen wir natürlich nicht. Also, falls du irgendwie automatische PayPal-Anmeldung hast. Jetzt bin ich hier irgendwie raus. Ich gehe nochmal ganz raus. Der hat das jetzt im Cash drin. Wenn du also automatische PayPal-Anmeldung hast, dann unbedingt aufpassen, dass du hier nicht versehentlich 3 Euro bezahlst, obwohl du das gar nicht bezahlen möchtest. Ja, gut. Dann haben wir hier noch Spenden-Button. Also hier gibt es einmal, kann man über PayPal spenden oder diverse Kryptowährungen, wie zum Beispiel auch die Shiba-Coins oder auch Doge-Coins, was ja meines Erachtens, glaube ich, so Mem-Währungen einfach nur sind. Die waren ja irgendwie nie ernst gemeint. Haben ja auch Litecoins, glaube ich. Ich glaube, das, was jetzt wirklich ein bisschen ernsthafter ist, ist Bitcoin, Ethereum und Monero. Ja, und die anderen, das kenne ich jetzt so nicht. Aber sei es drum. Dann zum Thema Support. Da interessiere ich mich für. Es gibt kein Handbuch, kein Manual, keine Anleitung, irgendwie eine Wiki-Seite oder ähnliches. Es gibt lediglich den Discord-Live-Support-Chat. Da halte ich nicht viel von. Und System-Bag 2, das ist dieses Datensicherungsprogramm, was eben schon beworben wurde, gibt uns schon einen ziemlich guten Hinweis, worauf Alienware oder AlienOS überhaupt basiert. Nämlich hier steht, System-Bag 2 ist eine einfache Anwendung mit zusätzlichen Funktionen für alle Ubuntu 20.4-Derivate. Also quasi auf alles das, was auf Ubuntu basiert. Und da dieses Programm ja scheinbar mit auch bei AlienOS hier mit drauf ist, weiß ich, oder kann ich somit herleiten, dass AlienOS auf Ubuntu basiert. Gut, dann laden wir mal Nano SE herunter. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf und komme dann hier gleich auf Sourceforge. Das Erste, was ich mache, ist, ich gehe auf Problems with Download und dann NetCologne, weil der deutsche Spiegel-Server ein bisschen schneller ist. Und das wirst du gleich merken, wenn wir jetzt hier gleich auf Download gehen. So, jetzt geht es nämlich los. Ich habe es hier schon mal abgebrochen. Und wenn man hier schaut, das sind fast 5 GB und innerhalb von einer Minute lädt er das jetzt hier bei mir runter. Je nachdem, wie schnell deine Internetleitung ist, kann das natürlich auch ein bisschen länger dauern. Aber grundsätzlich lädt er das jetzt direkt von Sourceforge schon mit Highspeed runter und das ist in Ordnung. Gut, während er runterlädt, machen wir gleich mal die virtuelle Maschinenverwaltung auf. Allerdings in einem anderen Fenster. So, dann einmal auf das Plus weiter. Dann wählen wir die ISO aus. Dann nehmen wir hier AlienOS Nano SE. Einmal auswählen. Es basiert höchstwahrscheinlich auf Ubuntu 20.04 LTS. Das wurde ja schon bei, ja nicht angekündigt, aber da gab es einen kleinen Hint in der Beschreibung. So, wir machen mal weiter. Speicher, da hat er ja geschrieben, als Systemvoraussetzung mindestens 2 GB. 4 ist dann okay, nehmen wir. CPUs nehme ich dann aber allerdings meine 6 Kerne. Quasi das Maximum, was ich für eine virtuelle Maschine zur Verfügung habe. Einfach, dass das schnell geht. 25 GB wurde ebenfalls empfohlen. Ich nehme jetzt aber 50, das Doppelte. Einfach, dass ein bisschen Platz und Luft noch ist. Und dann schreiben wir hier einfach AlienOS hin. Konfiguration, Netzwerkbrücke fertig. So, ich mache eine UEFI-Installation, weil ich finde, das ist so der Standard heutzutage. Also, es gibt ja kaum noch Legacy-Bios. So, dann können wir hier das alles auch aktivieren. CD-Laufwerk nach oben. So, dann alles andere gefällt mir soweit ganz gut. Die Festplatte ist Word.io, Videotreiber ist auch Word.io. Das ist immer ganz gut. Das ist am kompatibelsten. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Machen wir mal hier den ersten Start. Und hier befinden wir uns in einem sehr, sehr wunderschön gestalteten Grub. Und ja, und zwar alles auf Deutsch, was ziemlich ungewöhnlich ist für ein Linux-Betriebssystem, da ja ansonsten, oder in den meisten Fällen, eigentlich alles auf Englisch ist. Gut, wie wir aber schon festgestellt haben, ist ein deutsches Unternehmen scheinbar, AlienOS oder AlienTech. Und das ist schön, dass sie das alles schon komplett auf Deutsch gemacht haben. Jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten zum Auswählen, unter anderem direkt in ein Live-System reinzubooten oder eben die Installation zu starten. Ich habe das Ganze schon mit dem Live-System getestet und habe festgestellt, dass man vom Live-System aus das System nicht installieren kann. Und deswegen gehe ich jetzt hier auf Systeminstallation. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze hier direkt installieren können. So, jetzt sah es erst so aus, als wenn sich erst der Bildschirm komplett aufbaut. Aber es wurde direkt ein Installer gestartet. Und diesen Installer kenne ich so nicht. Das ist sehr interessant. Das scheint ein selbstgebauter Installer zu sein. Finde ich super. So, vollständiger Name des neuen Benutzers. Das ist Typ. Und der Nutzername ist Typ. Für den Benutzer Typ wählen wir noch ein kompliziertes und schweres Passwort aus. Und für Ubuntu, und hier haben wir es auch nochmal, diesen Hinweis darauf, dass das System sich höchstwahrscheinlich um eine Ubuntu-Derivat handelt, wird es nicht empfohlen, ein Root-Passwort zu vergeben. AlienOS ist dann hier der Rechnername. Und dann machen wir weiter. Hier ist dann die Festplatte. Die wählen wir aus. Und da ist nichts drauf. Brauche ich jetzt auch nicht löschen oder muss ich löschen drücken? Ja, muss ich tatsächlich. So, dann müssen wir, ah, wir müssen die Partitionierung und so weiter hier scheinbar alles selber machen, oder? Neu anlegen. Was haben wir hier? Neu Partition hinzufügen. Ja, dann machen wir das mal. Wir gehen hier jetzt ganz rudimentär vor. Ich sage jetzt einfach mal 300 Maybebytes. Fügen wir hinzu. Der Einhängepunkt soll boot.efi sein. Und Partitionseinstellungen ändern. Okay. Also es ist für mich hier gerade absolutes Neuland. Ich mache das gerade hier das allererste Mal. Ich kenne dieses Programm hier nicht. So, Bootloader installieren. Das ist okay. So, dann machen wir weiter. Wir nehmen hier im Prinzip den Rest und machen dazu Root-Einhängepunkt als EXT4. Also wir haben hier nur die 3 zur Auswahl. EXT2, 3 und 4. Hier steht jetzt hier hinten bei Format ein X und hier ein Minus. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie relevant ist. Einhängepunkt. Muss schon boot.efi sein eigentlich, wenn ich. Ah ja, so ist jetzt richtig. Jetzt hat er es nochmal richtig. Komischerweise hat er das eben nicht genommen. Sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Oder wo soll der Grub2 Bootloader hin installieren? Als EFI. Ja, das ist richtig. Okay. Hoffen wir mal, dass das alles soweit richtig ist. Systeminstallation unter Verwendung des folgenden Wiederherstellungspunktes. Ja, können wir machen. Und ja, dann warten wir mal, bis das Ganze installiert ist. Ich bin ein bisschen überrascht, da diese Form der Installation völlig neu für mich ist. Ich habe damit jetzt auch überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt vielleicht mit dem Standard Ubiquity Installer gerechnet, wie bei Ubuntu das halt so üblich ist. Aber wir werden mal sehen, wie das jetzt hier weitergeht. So, nach circa so 5, 6 Minuten ist die Installation dann auch abgeschlossen. Und dann einmal auf OK und der Neustart wird empfohlen. Dann machen wir das mal. So, das ist ein, ja, doch ziemlich zügiger Start. Und man hat ja am Anfang auch so ein bisschen das AlienOS Logo gesehen. Erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, KDE Neon, wenn ich mich nicht irre. Hatte so ein bisschen was von KDE Neon, das Logo. Aber ich nehme mal an, hier diese Oberfläche, das ist XFCE 4. Das sieht wirklich ganz nach XFCE aus. Und zuallererst wollen wir mal die Auflösung ändern. Hier ist bereits alles auf Deutsch. Ich hatte auch gar keine Möglichkeit, das irgendwie anzupassen. Deswegen können wir hier gleich auf Anzeige und dann Full HD übernehmen. Und beibehalten. So, jetzt ist hier Konki in die Mitte verschoben worden. Das hat seine relative Position, nein, seine absolute Position behalten. Das ist bei Konki gar nicht so unüblich. Wir machen einfach Kill all Konki. Konki. Perfekt. Und öffnen dann einfach Konki nochmal, den Konki Manager. Haken rein und zack. So. Und dann ist es jetzt an der richtigen Position. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Macht erstmal einen richtig soliden Eindruck. Und vor allem auch einen sehr schnellen Eindruck. Also es wirkt sehr schnell. Ich bin mir sicher, hier gibt es jetzt eine ganze Menge zu entdecken. Gerade hier, was hier die Leiste betrifft. Zuallererst möchte ich mir mal mich an das Hintergrundbild ran machen. Ob wir hier irgendwie eine Möglichkeit haben, den Hintergrund ein bisschen anzupassen. Und ich habe jetzt hier einfach mit Rechtsklick einfach mal drauf geklickt. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie ein Hintergrundbild haben. Einstellungen. Schreibtisch. Ich glaube, das ist unter Schreibtisch. Ja. Unter Schreibtisch finden wir unzählige hervorragende Hintergrundbilder. Sieht auch zum Teil aus, so wie die Standard-Hintergrundbilder, so Foto-Hintergrundbilder. DEF CON 1. Das finde ich ja interessant. DEF CON 1. Das ist hier. Das ist ein Musikfestival in den Niederlanden. Warum das ausgerechnet hier als Standard-Desktop-Hintergrundbild mit dabei ist, verstehe ich nicht ganz. Oh, sehr interessant. Das Windows-11-Hintergrundbild ist mit dabei. In beiden Varianten. Hell und dunkel. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Okay. Kann ich sehr empfehlen, da einfach mal ein bisschen durchzuschnorcheln. Für die Gamer wird wahrscheinlich das ein bisschen interessant sein. Die Tastatur WASD. Dann gibt es hier richtig noch ein Hintergrundbild für Gamer. Und dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen minimalistischer WASD. Das sind quasi die Pfeiltasten. Und ich nehme jetzt aber mal ein Hintergrundbild, was nicht ganz so aufdringlich ist und was ein bisschen angenehmer ist. Dann nehmen wir dann das hier. So sieht das schon ganz in Ordnung aus. Ist also ein wunderschöner Style. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal ganz rechts mal an bei Konki. Ich habe es ja eben gerade schon gesehen. Es gibt hier mehrere Konkis zum Auswählen. Man öffnet einfach den Konki Manager und dann kann man hier im Prinzip einen Haken reinmachen und rausmachen. Und wenn man jetzt hier noch ein paar Haken einfach raus und rein macht, dann wird das Ganze auch hier schon soweit vorgegeben. So würde es dann aussehen. Das wäre jetzt Konki in einem extra Fenster, wenn man es denn braucht. Dann gibt es hier zum Beispiel Gotham nennt sich das. Das finde ich jetzt nicht so schön, weil es eben nicht transparent ist, obwohl es hier wahrscheinlich als transparent auch angeboten wird. Dann haben wir hier auch noch mal Gotham. Hier gibt es auch mal ein Konki in einem extra Fenster. Und dann gibt es hier noch ein paar von TG Tech. Das sind ein paar Konkis, sage ich mal. Es gibt ein Nvidia Panel. Wird bei mir jetzt nicht angezeigt, weil ich keine Nvidia Grafikkarte drin habe. Und hier unten haben wir dann auch noch ein paar Sachen. Ja, hier sehen wir XFWM4 und so weiter und so fort. So, okay. Wir lassen aber mal das Original Konki hier. Das sieht ziemlich gut aus und passt hervorragend hier rein. Dann machen wir mal gleich hier unten weiter. In der Leiste hier unten ist ein Dock. Ah, hier Plank. Das heißt also nicht Plank, sondern Plank. Musste ich schon wieder lernen. So, dann hier ganz links haben wir den Standard Browser, der mich nach dem Anmeldeschlüsselbund fragt. Ich nehme mal an, das geht um die Passwortspeicherung, ja, um die automatische Passwortspeicherung nachher. Das wird dann quasi verschlüsselt mit meinem, ja, Passwort. Es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, Passwörter im Browser zu speichern. Nutzt lieber dafür einen Passwortmanager oder ähnliches. So, interessant finde ich halt, dass es der Vivaldi Browser quasi vorinstalliert ist. Aber Brave Suchmaschine als Standard Suchmaschine integriert. Da hätte man eigentlich dann auch Brave gleich als Browser mit einem, als Standard einrichten können. Weiß ich nicht, warum man sich jetzt hier für Vivaldi entschieden hat. Aber das denke ich mal ist eher ein Geschmack der, so eine persönliche Präferenz der Entwickler. Sei es drum. Machen wir mal weiter. Es gibt dann direkt daneben den Tor-Browser, der hier vorinstalliert ist. Bei dem Tor-Browser handelt es sich natürlich um eine, ja, modifizierte Version des Firefox. Können wir mal schauen. Das ist Extended Release Version, basierend auf 91.5 ESR. Wir sind jetzt, glaube ich, aktuell bei Firefox Version 101, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, entweder die 101 oder die 102, hat Mozilla schon angekündigt, wird dann die neue. Extended Release Version werden. So, hier macht er jetzt noch ein paar Updates im Hintergrund. Ich werde das jetzt aber einfach abbrechen und wieder schließen, weil ich brauche jetzt hier keinen Tor-Browser. So, Evolution ist hier der Standard Mail Client. Das ist ein sehr, sehr schöner Mail Client. Und es wirkt alles auch so ein bisschen wie KDE Plasma, so von den Buttons her. Ich finde dieses Design und der Stil ist wirklich sehr, sehr schön. Gucken wir aber gleich dann noch. So, dann haben wir hier die Dateiverwaltung ist Tuna. Und Tuna ist die Standard Dateiverwaltung für XFCE 4. Und auch hier ein sehr, sehr schönes, kontrastreiches Design. Finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also man braucht hier gar nicht viel, viel Neues umstellen oder einstellen, weil es wirklich schon ganz, ganz top gemacht ist. So, dann haben wir hier eine Sonnenblume. Das ist Sunflower. Das ist auch ein, ja, Dateimanager, könnte man sagen. Ein bisschen angelehnt an den Midnight Commander. Allerdings als GUI-Version. Also wer den Midnight Commander kennt, ich weiß gar nicht, ob der MC hier überhaupt drauf ist. Ist er nicht. Den kann man hier aber quasi installieren mit sudo apt install mc. Hier weiß man dann auch endlich, dass es sich tatsächlich um ein Ubuntu-basierendes System handelt. Kann nicht gefunden werden. MC, ja, woran das jetzt, ja gut, müsste man vielleicht, glaube ich, erst mal update, die Repositorialisten erst mal updaten. Ja, wenn du so etwas hast, dann immer erst mal Update machen und dann kann man das installieren. Also mit Updaten heißt es halt auch, einfach nur die Repositorialisten synchronisieren, dass die dann auf dem aktuellen Stand sind. So wie jetzt sind einige Updates verfügbar. Die werden wir jetzt hier aber nicht durchführen. So, und jetzt ist im Prinzip MC auch verfügbar. Gucken wir uns an. Vergleichen wir jetzt quasi gleich, was da jetzt der Unterschied ist. Oh, das Schöne ist, das Terminal ist transparent. Sieht sehr, sehr nice aus. Was haben wir hier? Xfce 4, Standard Terminal. Ist auch ein wirklich solides Teil. Ist ein schönes Teil. So, und wenn ich jetzt MC eingebe, dann öffnet sich hier der Midnight Commander. Ist jetzt, ja, nicht ein sehr schickes Design. Das ist jetzt so ein bisschen milchig alles. Das kann man aber hier dann auch nochmal entsprechend einstellen. Zum Beispiel Dark. Genau. Okay. Ja, und dann habe ich jetzt hier einfach das ein bisschen abgeändert. Und ja, so sieht man, das wäre dann der Midnight Commander. Das ist dann dieser, ja, den kennt man noch von guten alten Tagen, auch aus der DOS-Zeit oder Unix-Zeit. Der Sunflower ist im Prinzip angelehnt und hat auch dieselben Funktionen. Ich glaube auch sogar dieselben Tastenanschläge. Also ist wirklich ein sehr schöner Dateimanager. Den kann man auf jeden Fall benutzen. So, das Terminal hatten wir gerade. Dann gibt es hier Alien-Tag-UI. Bin ich mal gespannt, was das ist. Gut, es öffnet sich gar nichts. Also ich weiß nicht, was Alien-Tag-UI ist. Vielleicht noch nicht ganz fertig oder funktioniert nicht ganz richtig. Ich werde jetzt einfach mal ein Update durchführen. Und dann mal sehen, ob es dann funktioniert. Bis gleich. So, die Updates sind durchgeführt. Ich habe das System jetzt auch nochmal neu gestartet und habe jetzt hier auf Alien-Tag-UI nochmal draufgeklickt. Man sieht hier im Konki unter RAM, da wird es auch angezeigt, dass das irgendwie läuft. Hier oben bei Prozesse auch. Also es ist irgendein Prozess da. Ich habe aber keine Ahnung, was dieser Prozess macht. Ob der, wie es aussieht, was es überhaupt machen soll. Und leider findet sich auch aufgrund der schlechten Dokumentation von Alien-OS kein Hinweis darauf, was das genau ist. Sei es drum, wir machen einfach mal weiter. Hier daneben haben wir Bashtop. Bashtop ist im Prinzip so etwas ähnliches wie H-Top, was wir schon kennen. Nur in schick, will ich mal sagen. Ja, Bashtop sieht ziemlich schick aus. Es ist auch so ein Monitor, ein Systemmonitor, wo man dann genau so schauen kann, wie hoch ist so die Auslastung. Dann kann man hier noch einstellen, ob man das Ganze, in welchem Zeitintervall er das Ganze aktualisieren soll. Hier hat man dann auch nochmal alle Prozesse und so weiter und so fort. Ist also ein ziemlich cool aussehender Prozessmonitor. Und Prozessmonitor, hier geht es noch weiter mit einem Taskmanager. Das ist der Standard-Taskmanager, ich glaube für GNOME sogar und auch für XFCE. Und ja, hier kann man dann auch nochmal die ganzen Prozesse einsehen und den Systemstatus sich anschauen. So, dann gibt es noch einen Papierkorb und das hier hinten ist einfach nur Show Desktop. So, kommen wir mal hier hinten weiter. Im Prinzip ist das nichts weiter als die Standard-Task-Leist, die sonst immer unten ist. Hier haben wir die Uhrzeit und hier gibt es dann zum Ausschalten und so weiter. Was ich sehr interessant fand, als ich eben das System eben neu gestartet habe, hat er mich automatisch angemeldet. Und das heißt, ich musste mich gar nicht anmelden, sondern ich war auf einmal drin. Ich will mal wissen, wie der Anmeldebildschirm aussieht. Okay, so sieht der Anmeldebildschirm aus. Das ist also Standard-Light-DM, so wie es aussieht. Okay, kann man auf jeden Fall machen. So, hier haben wir Benachrichtigungen, Zwischenablage, Audio. Dann gibt es hier, ich nehme mal an, Energieverwaltung. Okay, das ist für Laptops dann interessant. So, dann haben wir Netzwerkverbindungen. Hier gibt es U-Launcher. Diesen kann man starten mit der Tastenkombination, ich glaube, Super- und Leertaste oder Alt-Leer- oder Steuerung- und Leertaste. Das wäre dann der U-Launcher und dann kann ich zum Beispiel hier irgendein Programm suchen. Und dann durchsucht der einerseits das Internet, Stack Overflow, Wikipedia und Google Search. Da kann ich dann mittels dann Alt 1, 2 oder 3 dann sagen, okay, wo ich genau suchen möchte. Wenn ich hier zum Beispiel einen E-Mail-Client suche, kann ich hier zum Beispiel einfach E-Bindestrichen. Und dann wird mir das Ganze entsprechend angeboten, überall wo ein E drin ist. Also der U-Launcher, das ist ein ziemlich cooles Tool, wenn man sich dann dran gewöhnt. Und wie gesagt, mit Steuerung- und Leertaste kann man mal ganz schnell darauf zugreifen. Und entsprechend Dinge suchen. Die Konfiguration ist einfach draufklicken und dann Preferences. Und dann kann man hier, glaube ich, da noch Erweiterungen hinzufügen und so weiter. Also man kann es wirklich bis in alle Ewigkeiten konfigurieren. Hier gibt es noch Blacklists und so weiter. Alle Anwendungen anzeigen und so weiter. Also man kann da wirklich sich austoben, was den U-Launcher betrifft. So, was haben wir hier? Gnome-EN-CFS-Manager. Ich kann hier also mittels, also ich kann hier ein Verzeichnis quasi einhängen und verschlüsseln. Und dann kann ich über meinen Nutzer-Account permanent auf dieses Verzeichnis darauf zugreifen, ohne dass ich jedes Mal das Passwort neu eingeben muss. Aber falls mir jemand mein Notebook mobst, wo dieses Betriebssystem drauf ist, dann kann er eben nicht einfach so die Festplatte auslesen und dann auf diesen verschlüsselten Ordner drauf zugreifen. Ist eine ganz coole Sache. So, hier haben wir noch ein Terminal quasi. Das war das, was uns hier Quake quasi. Quake. Das ist, ja, im Prinzip mal so das schnelle Terminal für zwischendurch. Einfach die F11-Taste drücken. Das ist auch bei vielen Window-Managern so. Und ich glaube sogar bei KDE Plasma ist das mittlerweile auch schon fast gang und gäbe, dass bei einigen Plasma-Systemen dieser so ein schnelleres Terminal mit dabei ist. Ja, einfach mit F11 aus- und einblenden. Und dann kann man mal ganz fix irgendwas installieren. Neofetch ist jetzt schon installiert, aber dann kann ich, was weiß ich, so da update halt irgendwas machen. Schnell. Dann kann er das, wenn er das fertig ist, dann wieder F11. Und dann brauche ich nicht immer wieder ein Terminal öffnen. Und das finde ich ist gar nicht so schlecht. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Idee. Gucken wir mal, was jetzt hier so alles vorinstalliert ist. Das sieht aus, erst mal so wie Standard XFCE4-Menü. Eines von vielen Versionen dieses Menüs. Und wir gucken mal. Der hat das Ganze jetzt hier nicht in Kategorien geordnet, wenn ich das hier richtig sehe. Sondern eher werden jetzt hier die Sachen angezeigt, die, ja, die Top Ten quasi. Müssen wir mal schauen. Das sind die Favoriten. Okay, dann haben wir hier wahrscheinlich alle Anwendungen. Okay. Und hier sind dann die Kategorien. Okay. Wir machen mal hier Office-Kategorien. Wir haben einen Standard-Dokumentenbetrachter. Evolution ist unser E-Mail-Client. Master PDF Editor 5. Okay. Ist das Open Source oder nicht über das Programm? Ja, scheint so. Könnte Open Source sein. Copyright. All Rights Reserved. Weiß ich jetzt nicht. Lizenz. Nö. Ist Closed Source. Ist also keine Open Source Software. Muss ja auch nicht immer sein. Ja. Also nur weil es, weil etwas Closed Source ist, muss es ja nicht unbedingt schlecht sein. Und so. Dann Only Office ist dann hier das Standard-Office-Programm. Also als Alternative zu LibreOffice. Only Office, ja, kann man nehmen. Ich mag es jetzt nicht so. Also einziger wirklich guter Vorteil ist die hervorragende Kompatibilität mit Microsoft-Dateiformaten, mit Microsoft-Formaten und eben auch, dass es ähnlich wie Microsoft auch aussieht und funktioniert. So, was haben wir dann? Hier sind wir dann bei Systemeinstellungen. Also hier gibt es dann die üblichen Verdächtigen inklusive einem Grub Customizer. Das heißt, man kann dann auch Grub entsprechend customisen. So, Erscheinungsbild. Hier gibt es schon diverse voreingestellte Designs, die man hier auswählen kann. Zum Beispiel Desert Yellow, so würde das jetzt aussehen. Und das Ganze in Dark. Greybird ist, glaube ich, das Standard-XFCE-Design. Das gibt es dann auch nochmal in Dark. Nordic Dorker. Das ist, Nordic ist ein ziemlich beliebtes Design. Auch das etwas hellere Nordic. Numix, das gibt es auch in Gelb. Das ist hier in Orange, aber Numix Yellow ist auch ziemlich berühmt. Das wirkt dann so ein bisschen golden alles. Das haben wir hier noch Otis mit so einem leichten Violettton. Auch sehr, sehr, sehr schick. So, hat so ein bisschen einen leichten Blauton. Dann gibt es das Ganze nochmal mit Standard-Button. So, was haben wir hier? Ja, Co-Gear. Co-Gear ist dann das Standard-Ziemen, was quasi nach der Installation installiert ist. Jetzt gibt es das Ganze nochmal direkt als Light-Version. Und dann gibt es noch Sweet Ember. Das wirkt dann schon eher wie Numix Yellow. Und das Ganze noch als Mars-Version, als Dark-Version quasi. Ich bleibe jetzt hier bei Co-Gear Dark. Das finde ich sehr, sehr hübsch. So, wir haben hier diverse Symbole auch wieder vorinstalliert. Unter anderem die Windows 10 oder ja, die Windows 10 beziehungsweise MacOS-Symbole hier unten. Das hat dann ein bisschen so Mac-Style mit, ja, sieht halt hier aus wie Explorer. Und hier sieht das eher aus wie das Windows-Terminal und so weiter. Hier ist ein KDE-Filst von KDE Plasma. Ist hier eigentlich so das Plasma-Logo zu sehen. Warum auch immer das der Fall ist, weiß ich nicht. Ist sehr interessant. Dann gibt es dann hier die ganzen Buttons dann nochmal in den verschiedenen Variationen. Ich lasse das jetzt bei Ubuntu Dark. Dann gibt es noch Papyrus. Das ist auch unglaublich beliebt. Und ja, dann hätten wir das auch abgefrühstückt und machen gleich mal ein bisschen weiter. Haben wir sonst noch irgendwelche außergewöhnlichen Einstellungssachen für diesen Quake, für das Quake-Terminal. Da gibt es hier dann noch die Einstellungen. Und ansonsten ist alles beim Alten. Synaptics ist auch wieder mit dabei. Falls du also Programme über die Synaptic-Paketverwaltung installieren willst, ist das auf jeden Fall mit dabei. Und dann geht das auch hier rüber, falls du das alles nicht im Terminal, sondern auf einer grafischen Oberfläche machen möchtest. So, wir machen mal hier. Wir sind hier bei Entwicklungswerkzeuge. Das Visual Studio Code ist hier als Standard schon vorinstalliert. Auch Visual Studio Code ist ja mittlerweile Open Source. Ist tatsächlich unter Entwicklern sehr, sehr beliebt. Ich selber bin jetzt kein Entwickler, deswegen nutze ich es quasi auch nicht. Ich nutze dann lieber halt Vim oder irgendwas Einfacheres. Ja, aber wie gesagt, Visual Studio Code ist also ein absolutes Must-Have für die Entwickler. Ist wirklich, wirklich toll. Gibt es eine Regexer-Suchwerkzeug. Man kann hier dann quasi mittels Regex, also mittels Regular Expressions, dann entsprechend Dinge suchen und finden. Und Melt ist ein Programm zum Vergleichen von Dateien. Ja, wenn ich also eine neue und alte Konfigurationsdatei oder zwei verschiedene Dateien habe und ich möchte den Inhalt vergleichen, kann ich das direkt mit Melt machen. Ich glaube sogar, dass Melt, oh jetzt haben wir hier eine andere Farbe, ist nicht so schlimm, dass Melt sogar im Kontextmenü mit drin ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Bash RC einfach kopiere, eine Kopie mache, beide markiere und rechtsklick, gibt es hier, ist Melt tatsächlich hier nicht dabei, aber es gibt die Möglichkeit, dass Melt mit im Kontextmenü drin ist. Ich will das mal ganz fix zeigen. Und zwar anhand meiner, ja, anhand meiner Hauptmaschine quasi. So, da gehen wir mal ganz fix hier auch, machen wir hier die Copy-Paste von der Bash RC und dann kann ich hier halt beide markieren, rechtsklick und dann habe ich hier Compare. Das ist im Prinzip auch Melt und dann öffnet sich Melt, hier oben sieht man es, dann öffnet sich Melt und dann kann ich hier die beiden dann entsprechend vergleichen und hier hat Melt schon festgestellt, diese beiden Dateien sind identisch. Das heißt, Melt ist hervorragend, auch um Duplikate rauszufinden, selbst wenn die Dateien anders heißen, kannst du mit Melt im Prinzip innerhalb von kürzester Zeit Änderungen auch entsprechend feststellen. Und dann kannst du auch ausblenden, alles was gleich ist ausblenden und nur die Änderungen anzeigen. Das ist nur mal kurz zu zeigen, was Melt überhaupt ist und wie das funktioniert. Ja, und hier muss man das halt wahrscheinlich irgendwie separat öffnen. Gut, sei es drum. Machen wir weiter. Was haben wir sonst hier? So, dann sind wir hier bei Grafik, Scanner mit dabei. Bildbetrachter Resetto ist der Standard. Peak ist kurze GIF-Animationen. Aufnehmen ist wahrscheinlich auch so ein Screencast-Tool. Gimp ist standardgemäß mit drauf. Ich nehme mal an, die neueste Version. Ja, eine der neuesten Versionen mit hier. Dann haben wir noch Flameshot als wirklich auch meine persönliche Nummer 1 für ein Screenshot-Tool. Also es gibt ja quasi nichts Besseres. Wenn ich Flameshot gestartet habe, dann ist das hier in dieser Task-Leiste zu finden. Dann gehe ich hier einfach auf Bildschirmaufnahme anfertigen. Und dann markiere ich den Bereich, den ich eben screenshotten möchte. Kann den auch dann nochmal verändern und verschieben. Und das finde ich tatsächlich sehr viel besser als von zum Beispiel das Snipping-Tool von Microsoft. Und dann kann ich hier auch allerlei Sachen dann direkt machen. Ich kann hier Linien und so weiter auch einzeichnen und Markierungen machen. Ich kann zum Beispiel auch so Kreise markieren und so weiter. Ich kann mit so einem Marker kann ich hier kopieren. Oder ich kann einen Text hinzufügen. Und zwar irgendwo hin. Ja, ist zwar ein bisschen klein, aber es geht auf jeden Fall. So kann man das Ganze dann entsprechend bearbeiten noch, bevor man es abspeichert. Und eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, finde ich, ist auch dieses Ausschraffieren. Da kann ich dann zum Beispiel hier, wenn ich einen Screenshot mache, wo zum Beispiel Benutzerdaten oder irgendwas sind oder irgendwie schützenswerte Daten, kann ich das Ganze entsprechend ausblurren. Ja, und das ist wirklich toll. Und dann kann ich es entweder direkt gleich teilen in eine Anwendung rein, in eine, direkt zu ImGur hochladen. Als, das ist dann ganz gut für den Support, wenn du in Foren irgendwo bist und die brauchen mal einen Screenshot von deinem Problem, von deinem Fehler, wie auch immer, kannst du dieses Screenshot machen und dann direkt bei ImGur klickst hier drauf, dann öffnet sich ImGur und dann hast du den Link dazu und den kannst du dann in diesem Forum entsprechend posten. Aber du kannst es auch direkt kopieren, abspeichern oder einfach abbrechen. So wie wir jetzt. So weit der kleine Ausblick zu Flameshot Cloud-Dienste im Internet. Alles, was zum Thema Internet ist. So wollen wir mal schauen, was das hier ist. Wir haben hier Ferdi. Ferdi ist so eine, ja, All-in-One-Umgebung. Hier kannst du alle deine Dienste, Apps, die du so nutzt, das können zum Beispiel Bitbucket, Bitworn, es kann aber auch Chat-Apps sein, wie WhatsApp, Signal und so weiter, kannst du hier alles, unter anderem hier auch Element, kannst du in dieser einen App quasi alles nutzen und steuern. Und du kannst das Ganze dann in verschiedene Workspaces aufteilen. Da hast du, was weiß ich, deine Chat-Workspaces, deine To-Do-Workspaces, deine Online-Dienste oder deine Development-Workspace, wo du halt dann nur alles drin hast, was mit Entwicklung zu tun hat und so weiter. Deine E-Mail-Workspaces und so wurde dann, was weiß ich, von deinem Gmail-Outlook und so weiter, deine ganzen E-Mails und so weiter bearbeiten kannst. Also es ist wirklich schon cool, das Ganze mal ein bisschen auszuprobieren und da rumzuspielen. Das ist Ferdi. Okay, so dann haben wir FileZilla ist ein Datei, also ist ein FTP-Client, FreeTube. Ich nehme mal an, das wird so eine Art YouTube-Browser sein, um wer jetzt direkt mit YouTube das Ganze nicht möchte, sondern hier seine ganzen Kanäle oder seine ganzen Sachen verwalten möchte. Ja, gucken wir mal, ob er hier was findet. Jawohl, hier haben wir dann den Kanal, den kannst du dann hier auch abonnieren. Das Witzige ist, du kannst ihn abonnieren, obwohl du hier gar nicht, also obwohl du hier mit diesem Account nur angemeldet bist, dann kannst du mehrere Profile hier erstellen und dann entsprechend die Sachen halt abonnieren und dann kannst du hierüber ebenfalls die Videos anschauen und das Ganze dann auch, ja, ohne Werbung. Hier gibt es irgendwie ein Problem, sei es drum, aber jetzt startet der quasi ohne Werbung und ja, hier kannst du dann das Video dann auch herunterladen und ich glaube kommentieren. Ja, man kann die Kommentare anzeigen, aber selber kommentieren geht dann nicht in dem Falle. Das ist aber nicht so schlimm, wer dann einfach mal eine sehr schlanke, einfache Anwendung haben möchte, um YouTube-Videos zu gucken, um da wirklich auf seine YouTube-Videos, da macht sich tatsächlich Freetube ganz gut. Also es macht einen ziemlich soliden Eindruck. Wenn du mich natürlich ein kleines bisschen unterstützen möchtest, dann kannst du natürlich auch weiterhin meine Videos direkt auf der YouTube-Seite gucken, ohne Adblocker, dann wird Werbung angezeigt und dann kriege ich dann auch einen kleinen Obolus dazu. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht so schlimm. Hier wird sogar angezeigt, wann du die Videos schon angeguckt hast. Ja, gut. So, dann haben wir hier HexChat, das ist ein IRC-Chat-Programm. Onion-Share, ich nehme mal an, da geht es dann um Datenaustausch im Tor-Netzwerk. Pigeon ist auch eine Chat-Anwendung. Retro-Share, nehme ich mal auch, das hat alles was mit Dateien, Teilen zu tun. Session weiß ich jetzt nicht, was es ist, ist aber bestimmt irgendwas Wichtiges. Man muss eine Session-ID oder ein Konto erstellen, ein Gerät verbinden. Dann kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, was das genau ist, weil da habe ich jetzt, da will ich jetzt nicht nachgucken. Signal als Messenger, Tor-Browser ist mit dabei, Transmission, das ist für Torrents zum Herunterladen. Besonders gut bei ISOs, wenn du viele ISOs herunterlädst, empfehle ich dir immer die ISOs als Torrents für die Betriebssysteme, für die Linux-Betriebssysteme immer die Torrents zu verwenden, einfach um die Spiegel-Server der jeweiligen Entwickler auch ein bisschen zu entlasten, weil das kostet nämlich alles Geld. Dann gibt es hier noch ein Tox-Klein, was auch immer Tox ist. Das scheint auch so ein Chat zu sein, ich nehme mal an, das wird auch so Videotelefonie und Messenger sein und das als Peer-to-Peer-Lösung. Nice. Nice. So, dann Vivaldi, der Browser und Web-Apps, das kennt man zum Beispiel von Linux Mint, da ist das auch standardgemäß mit drauf. Da kann man dann zum Beispiel YouTube.com hier eintragen. Zumindestens dann hier YouTube und dann sucht er sich auch automatisch das Symbol. Kann ich dann hier, das ist dann Internet, der Browser ist Vivaldi, ist der einzige, der installiert ist, einmal auf OK. Und dann hat man dann hier unter normalerweise dann hier die Web-App. Hier unten steht jetzt YouTube. Wenn ich das jetzt öffne, öffnet sich halt ein Fenster. Ich will das nicht. Und das öffnet sich YouTube quasi als eigenständiges Fenster und das ist ganz cool, um seine Lieblingswebseiten einfach auch als Web-App, wie eine Anwendung zu behandeln, wenn man es denn möchte. Und das Löschen geht dann auch ganz einfach. Öffnen, auf das Minus klicken, bestätigen und fertig. Und dann ist es auch weg. Gut, dann haben wir hier noch Musik. Da gibt es den Parol-Medien-Spieler und Puls-Audio-Lautstärkeregler. Standard-Anwendung für XFCE. Ein sehr schöner, schlanker Medienspieler oder Player. So, zum Thema Game. Steam ist vorinstalliert. Und das war es auch schon, was an Spiele dabei ist. So, dann haben wir hier noch ein paar Systemkomponenten. Dann haben wir hier zum Beispiel Bleachbit. Bleachbit ist zum Bereinigen des Systems. Hier kann man dann Verläufe, Loks und Cache und so weiter alles bereinigen, so dass das System immer auch schlank und aufgeräumt bleibt. Und das kann man hier sogar ausführen, entweder als Nutzer oder als Admin. So, Gigolo. Eine einfache Oberfläche zum Einbinden lokaler und erfährter Dateisysteme. Okay, das ist quasi so wie Samba-Share, also wo man Samba-Dateisysteme einfach anmelden, Netzwerklaufwerke dann entsprechend hier einrichten kann. Hatten wir genommen ENG-FS-Manager. Hatten wir eben schon G-Parted. Ist dann zum Erstellen von Festplatten-Partitionen. Wurde ja bei der Installation nicht verwendet, sondern da wurde ja ein eigenes verwendet, was ich ja wie gesagt immer noch sehr, sehr interessant finde. Dann das Massenumbenennen. Massenumbenennen gibt es hier. Massenumbenennen gibt es hier, mehrere Dateien gleichzeitig umbenennen. Das ist besonders gut bei MP3-Titeln, wenn man hoffenweise MP3-Titel hat, die dann zum Beispiel alle denselben Interpreten haben. Ja, dann kann man da dann zum Beispiel entsprechend die Interpreten dann alle gleich umbenennen oder das aus demselben Album und so weiter. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, weil mit den ganzen Streaming-Diensten wie Spotify und so downloadet sich ja kaum noch einer Musik. Also ich mache das auf jeden Fall nicht mehr. So, dann Midnight Commander. Den haben wir ja vorhin installiert. Sensorbetrachter ist, ja, da gibt es ja Schnittstellen im Computer und da kann man dann verschiedene Sensoren auch anschließen. Das ist im wissenschaftlichen Bereich ziemlich wichtig, dass man dann zum Beispiel Temperaturen auslesen kann oder Ähnliches. Diese Naptik-Paketverwaltung ist mit dabei, hatten wir schon System Backup. Das ist das von Alien Tech, das eigene System Backup-Tool. Und das macht auf jeden Fall einen ziemlich soliden Eindruck. Man kann hier seine eigenen Wiederherstellungspunkte auch entsprechend erstellen und auch was in der Systemwiederherstellung alles mit dabei sein soll. Und dann kann man das Ganze dann hier entsprechend steuern. Das finde ich ist eine richtig, richtig coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr schön gemacht. Und von der Lizenz her, es ist eine tatsächlich Free Copy Left. ist also Open Source, so wie es aussieht. Und das ist, ja, GPL Version 3. Und damit ist es Free and Open Source. Das heißt, jeder kann sich das irgendwo herunterladen. Ich weiß nur leider nicht, wo der Quelltext jetzt liegt. Hier gibt es jetzt nicht wirklich auch einen Link dazu. Vielleicht kann man da die Entwickler einfach anfragen auf Discord und dann kriegt man dann den Link zum Quelltext oder den Quelltext zugeschickt oder wie auch immer. Na gut, sei es drum. Einmal schließen. Und dann gibt es hier noch Tuna, haben wir schon, und Sulu Crypt. Das ist ein Verschlüsselungsprogramm. Und hier zum Schluss gibt es dann noch die, ja, Standard Tools. Ich weiß jetzt bis heute nicht, was Alien Tech hier ist. Das habe ich jetzt hier nochmal draufgeklickt. Alien Tech UI. Anwendungsfinder haben wir. Catfish Dateisuche. Das sind halt so die, ja, Standardsachen. KeePass XC ist als, ja, ist eine neuere Version verfügbar, ist als Standard Passwortmanager mit drauf. Sehr gut. Ich nutze selber Bitwarden. Aber KeePass XC speichert halt diese Datenbank eben lokal ab und eben nicht im Internet. Und das kann natürlich auch gerade in der Firmenumgebung sehr, sehr gut sein. Zum Beispiel bei mir auf Arbeit selber nutze ich auch ein, nicht KeePass XC, sondern einen anderen Passwortmanager, wo ebenfalls die Datenbankdatei lokal bei mir abgespeichert wird in meinem persönlichen verschlüsselten Ordner. Und egal, an welchen Rechner ich mich innerhalb der Firma hinsetze, wenn ich mich mit meinen Credentials anmelde, mit meinem Zugang, dann habe ich über meinen verschlüsselten Ordner dann immer Zugriff auf meine Passwortdatei, auf meine Passwortdatenbank und kann dann innerhalb der Firma überall auf meine ganzen Tools und Werkzeuge drauf zugreifen. Und kann mich dann einloggen, ohne dass ich mir umständlich irgendwelche Passwörter merken muss. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, Mathe Taschenrechner ist auch eine sehr interessante Entscheidung, dass man das jetzt hier ganz ein bisschen mixt. Aber Mathe ist ja auch nichts weiter als ein Gnome 2 im Prinzip. So, hier haben wir auch nochmal den Midnight Commander Editor. Da gibt es so ein Editor dazu. Mousepad ist ein einfacheres, kleines Textprogramm, ein einfacher, kleiner Texteditor. Dann haben wir Notizen, Onboard, Passwörter und Verschlüsselung. Gibt es nochmal ein eigenes Tool für die Passwörter. Plank, das ist hier unten das Dock. Schriften, Sunflower hatten wir ja, ist ja dieser auch Dateimanager, Terminal. Ja, dann haben wir hier den EU-Launcher. Den hatten wir ja gerade, den man hier mit Steuerung Leertaste starten kann. Und dann eine Zeichendamelle und die Zwischenablage. Gut, das sind dann so diese Standardsachen. Ach, hier noch der Konki-Manager, den hatten wir ja eben auch schon. Wenn wir uns die Webseite von AlienOS anschauen, dann wirkt das alles so ein bisschen komisch, weil das nicht so ganz transparent so richtig ist und nur so allgemein gehalten. Es gibt kein richtiges Wiki, keine richtige Dokumentation zu diesem Betriebssystem, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Man wird quasi ein Stück weit gezwungen, da auf diesen Disk-Code-Server zu gehen, was ich persönlich sehr ungern mache bei sowas, sondern ich möchte mich dann immer erstmal auch selber informieren, bevor ich mich dann da in tausende verschiedene Foren immer einlogge. Und dennoch bin ich positiv überrascht, dass es sich hierbei wirklich um ein sehr stabiles System handelt. Ein sehr hübsches auch und ein sehr anwenderfreundliches System. Die Installation ist ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, ein Anfänger würde scheitern bei der Erstellung der Festplattenpartition, denn es ist nicht sehr intuitiv, wie man Festplatten dann formatieren soll oder wie man sie erstellen soll. Gerade für Leute, die von Mac kommen oder von Windows kommen, die das quasi in ihrem Leben noch nie gemacht haben. Ich konnte das jetzt deshalb recht schnell machen, weil ich es halt auch schon tausendmal gemacht habe an anderen Betriebssystemen und ich weiß, wie man Laufwerke formatiert und partitioniert. Wenn du das auch genauer wissen willst, schau einfach mal hier oben auf das i. Hier findest du auch nochmal das Video zum Thema Formatieren und Partitionieren, denn da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Alles in allem macht das tatsächlich auch ganz schön Spaß und lässt sich sicherlich super gut als Daily Driver verwenden. Es ist jetzt gar nicht so ressourcenhungrig, wie man dann vielleicht aber mal so glaubt, wenn so viele Sachen drauf installiert sind. Es ist sehr, sehr zügig. Es basiert eben auf einen Ubuntu LTS, auf die vorherige LTS-Version, die 2004, jetzt noch nicht auf die neuere. Wird vielleicht demnächst geupdatet. Allerdings muss ich halt sagen, ein großer Kritikpunkt ist so diese mangelnde Transparenz. Wer steht dahinter? Wer sind die Entwickler? Wie ist das mit dem Quellcode? Auch hier mit diesem Datensicherungsprogramm, mit dem Hauseigenen. Das ist, ich tue mich dann bei so etwas immer sehr, sehr schwer. Aber du kannst das Ganze ja mal ausprobieren und mir dann mal darüber berichten. Komm einfach in den Matrix-Space von so einem Typ im Internet oder schreib sie unten in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.